Wie kann man sich fragen, ist das da schon ein Beweis? Das sieht ja so ganz anders aus, als das, was wir bislang gemacht haben, mit diesem formalen Ableiten und so weiter. Darf man denn so ein Bild malen in einem Beweis? Das ist eine schwierige Frage. Viele sprechen bei so etwas von einem präformalen Beweis. Das ist nicht formal, sondern inhaltlich anschaulich an einem konkreten Beispiel. Kann man sagen, man kann doch nichts beweisen an einem konkreten Beispiel, wenn man eine allgemeine Aussage beweisen will. Das ist ja nur ein Beispiel, kann ja bei anderen Beispielen anders sein. Jetzt können wir aber hergehen und an diesem Beispiel anfangen, die Allgemeinheit zu beschreiben. Derart, dass wir sagen, es ist ja prinzipiell egal, wie viele Punkte da drin sind. Ich kann das Dreieck so darstellen, es nochmal umgedreht draufsetzen und dann habe ich dieselbe Situation. Egal, ob ich hier 1, 5000 oder eine Million Punkte habe. Das heißt, wenn man jetzt anhand dieses konkreten, inhaltlich anschaulichen Beispiels allgemein oder die Allgemeinheit dadurch herstellt, dass man argumentiert und alle hier davon überzeugt sind, dann würde ich sagen, es ist ein Beweis. Wenn keiner von Ihnen ein Gegenargument findet, würde ich sagen, es ist ein Beweis. Es ist ein präformaler Beweis, nicht formal. Aber so ein ungutes Bauchgefühl bleibt vielleicht schon beim einen oder anderen. Deswegen sage ich, es ist keine einfache Frage zu sagen, ob das hier ein Beweis ist oder nicht. Es hängt so ein bisschen vom Kontext ab. Und es hat schon eine starke Beweiskraft, so ein Bild. Man versteht, warum diese Formel zustande kommt und kann sich auch den allgemeinen Fall, wie soll ich sagen, erklären. Jetzt möchte ich aber genau an diesem Beispiel nochmal vollständige Induktion mit Ihnen machen. Man kann es auch formal beweisen. Und das machen wir jetzt mit vollständiger Induktion. So. Nicht murmeln. Das ist auf dem Video. So. Zu zeigen. Wir wollen für alle n aus den natürlichen Zahlen ohne die Null. Ich nehme jetzt mal die Null raus. Für alle natürlichen Zahlen ohne die Null wollen wir folgende Formel beweisen. Die Summe der ersten n natürlichen Zahlen ist gleich n mal n plus 1 halbe. So. Zu beweisen mit vollständiger Induktion über n. Wir wollen es ja für alle n zeigen, also müssen wir die Induktion über n machen. So. Induktionsanfang. Sie erinnern sich an das Domino-Prinzip. Wir müssen zeigen, dass der erste Stein fällt. Also wir müssen jetzt sozusagen die Aussage für die kleinste hier vorliegende Zahl beweisen. Was ist denn die kleinste Zahl in unserem Fall? Ja? 1. 1, genau. Wir haben die Null nicht mit dabei. Also ist 1 die kleinste Zahl. Also ist im Induktionsanfang n gleich 1. So. In den Übungen und auch in der Diskussion in der letzten Woche ist die Frage entstanden, wie man eigentlich eine Gleichheit zeigt. Aus der Schule sind Sie folgendes gewöhnt. Sie schreiben sich die Gleichung hin, was zu zeigen ist, links gleich rechts, und formen beide Seiten so lange um, bis irgendwie 0 gleich 0 unten rauskommt. Ja? Dann sind Sie zufrieden. Ist nicht falsch. Ist aber nicht schön. Schöner ist, wenn man eine Gleichung zeigen will, wenn man auf der linken Seite beginnt und so lange umformt, bis man auf der rechten Seite rauskommt. Das ist eine Frage der Ästhetik. Mathematiker, das ist vielleicht auch überraschend, sind äußerst ästhetische Menschen. Ja, ja. Ich habe nicht gesagt, dass sie schön sind. Ich habe gesagt, dass sie Ästhetik lieben. Ja, so meinte ich das. Okay. Ein Beweis, einfach einen Beweis hinzuschreiben, damit ist man noch nicht zufrieden. Es muss ein schöner Beweis sein. Das ist wichtig. Ein schöner Beweis. Wo die Mathematiker dann beim Tee nachmittags sitzen und sagen, guck mal, was für ein schöner Beweis. Ach ja, schöner Beweis. Deswegen machen wir hier schöne Beweise. Und Sie sollten auch mal versuchen, schöne Beweise hinzukriegen, dass Sie danach sagen, ah Mensch, schön. Dass Sie es über das Bett hängen können danach. Nehmen Sie das Bild von der Bundeskanzlerin. Zack, schöner Beweis. Nein. Das ist schön. Okay. Übrigens, diese Beweisart mit links und rechts, solange Umform bis 0 gleich 0 rauskommt, das funktioniert bei Gleichungen ganz gut. Es ist aber riskant, denn wenn Sie Ungleichungen haben, Sie wollen zeigen, dass irgendwas kleiner ist als was anderes und dann umformen, dann kommen Sie manchmal in Situationen, da wissen Sie jetzt nicht so genau, ob Sie die linke Seite kleiner oder größer machen dürfen, damit es immer noch korrekt ist. Insofern würde ich Ihnen empfehlen, tatsächlich mal diesen Weg zu üben und sich selbst zu zwingen, das zu machen. Also wir fangen mal links an. Wo fangen wir an? Induktionsanfang ist n gleich 1. Wir gehen also von i gleich 1 bis 1. n ist ja gleich 1, also wir setzen jedes n durch 1. Das ist der linke Teil. Und hier rechts wollen wir rauskommen. Ist gleich 1 mal 1 plus 1 halbe. So, wenn ich jetzt hier starte und diese Schleife sozusagen mit i wandern lasse, wandert i von 1 bis 1. Das ist nur ein Fall. Also i ist nur 1. Also kann ich hier hinschreiben, das ist 1. Wie komme ich jetzt von da nach da? Na, ich fange mal rechts an, arbeite mich nach links vor. Kann man auch machen, man kann sich so zur Mitte hin arbeiten. Wenn man da nicht mehr weiter weiß, also wie soll ich das jetzt hier umformen, ist ein bisschen kompliziert, kann man auch da weitermachen. Das hier ist ja gleich 1 mal 2 durch 2. Das ist gleich 2 halbe. Das ist gleich 1. Fertig. Ich bin jetzt von links und rechts vorgegangen, bis ich mich irgendwie getroffen habe. Lesen tut sich das aber schön. Das hier ist gleich 1. 1 ist gleich 2 halbe. Das ist gleich 1 mal 2 halbe, ist gleich 1 mal 1 plus 1 halbe und das ist genau das, was rum rauskommen soll. So, jetzt kommt der Induktionsschritt. Wir schließen, und das war diese komische Schlängel-Schreibweise, die ich so als Abkürzung verwende. Wir schließen von n gleich k, schließen wir auf n gleich k plus 1. Nicht Sigma k, ja, k plus 1, wir schließen von n gleich k auf n gleich k plus 1. Das heißt, wir beweisen jetzt, wenn wir davon ausgehen, es gilt für eine Zahl k, dann gilt es auch für den Nachfolger. So, da haben wir also erstmal die Induktionsannahme. Herr Spanner? Ja? Ja? Wir haben hier in der Induktionsschritt, haben wir hier hingestellt, n ist gleich k und daraus folgt n ist gleich k plus 1, müssen wir dann n plus 1 gleich k plus 1 stellen. Okay, ich schreibe es anders hin, das war keine daraus folgt Zeil, sondern wir schließen von n gleich k auf n gleich k plus 1. Also wir gehen mal von aus, in der Induktionsannahme, es gilt für n gleich k und dann beweisen wir, dass es dann auch für n gleich k plus 1 gilt. Ja? Also wir gehen davon aus, es gilt für k, das heißt, es gilt i gleich 1 bis k, Summe von i gleich 1 bis k über i ist gleich k mal k plus 1 halbe. Und zu zeigen ist jetzt, dass es dann auch für k plus 1 gilt. Also Summe von i gleich 1 bis k plus 1 über i ist gleich, ich muss jetzt einfach über Textersetzung machen, hier wieder, k plus 1 mal k plus 1 plus 1 durch 2. Und jetzt machen wir es wieder genau so, wir müssen jetzt also zeigen, dass das hier unten gilt, das ist eine Gleichung, also wir beginnen links und formen so lange um, bis wir rechts rauskommen. Die Summe von i gleich 1 bis k plus 1 über i ist gleich, so, und dann müssen wir hier unten rauskommen, ist gleich, dann machen wir es mal hier hin, ist gleich k plus 1 mal k plus 1 plus 1 halbe. So, jetzt müssen wir uns überlegen, was ist denn das da? Wir müssen in der Induktions, in der Induktions, im Induktionsschritt ja immer irgendwo in unseren Umformungen hier die Induktionsannahme verwenden. Wir müssen überlegen, wie kommen wir da hin, wie kommen wir da hin, dass wir die Induktionsannahme verwenden können. Also entweder muss dann beim Umformen irgendwo mal das hier stehen oder das hier stehen, sodass wir das eine durch das andere ersetzen können. Dann haben wir die Induktionsannahme verwendet. Wir können hier den letzten Schritt weglassen und dann praktisch nur die Summe bis k ausmachen, bis den letzten Teil rausziehen und dann schauen wir die Induktionsannahme verwenden. Genau. Wir können den letzten Teil rausziehen. Diese Summe von i gleich 1 bis k plus 1 über i ist ja das gleiche, wenn ich nur die Summe bis k bilde und am Ende nochmal k plus 1 draufzähle. Ich lasse die Summe nur bis k laufen, nicht bis k plus 1, sondern bis k und zähle am Ende nochmal extra k plus 1 drauf. Ich habe hier die Zahlen 1 plus 2 plus 3 plus plus k plus k plus 1. Also nehme ich den Teil von 1 plus 2 plus plus k raus, schreibe ihn so hin und das plus k plus 1 noch hinten dran. So, jetzt kann ich die Induktionsannahme verwenden. Das schreibe ich jetzt mir hier hin, weil ich das mache. Ich weiß, die Summe von i gleich 1 bis k über i ist gleich k mal k plus 1 halbe. Also das ist jetzt nicht das. k mal k plus 1 halbe plus k plus 1. Wir müssen da unten rauskommen. Wir können jetzt von oben oder von unten arbeiten. Machen Sie einen Vorschlag. Wie können wir weitermachen? Durch Brucherweiterung. Ah ja, wir können hier durch Brucherweiterung, haben Sie gesagt, wir können jetzt sozusagen, Sie wollen das hier alles auf einen Bruch schreiben, einen Bruchstich. Das heißt, Sie müssen das hier erweitern mit 2. Das ist ja selbe wie 2 halbe mal das. Gut, nicht da, oder? ég more panelist. Okay, gleiches.